Ist der Abo-Button gedrückt? Machst du das genug verrückt? Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Schalöchen, meine lieben Freunde. Das war die cringeste Antwort der Welt, aber... Schalöchen, passt einfach so gut, dass ich das jetzt verwenden werde. Willkommen zu einem neuen Video und somit heute den letzten Test von Kuki Yomi. Denn die anderen zwei hab ich schon gemacht. Jetzt kommt dieser hier. Leider kann man den nicht zusammenspielen, sonst hätte ich ihn mit einem anderen Creator zusammengespielt. Aber keine Sorge, auch die Creator-Wahl, die ihr in die Kommentare geschrieben habt, werde ich noch nutzen für ein anderes Game, wo ich die Psychologie der anderen YouTuber testen werde. Ich habe wieder einen tollen Kommentar rausgesucht, der in den Videos stand. Von Kevin Selachom. Deine Lache ist einfach legendär. Film ab. So, genug davon. Heute haben wir die tolle Füllung von gesellschaftsunfähig und asozial. Denn ich versuche heute tatsächlich ein guter Mensch zu sein. Was wird heute getestet? Heute wird getestet, wie asozial-narzisstisch ich bin. Das Problem an diesem Game ist, es geht sehr schnell. Das heißt, die Levels sagen eigentlich genau, was geprüft wird, was gesucht wird. Und man hat immer nur wenig Zeit, sich zu entscheiden. Deswegen würde ich sagen, let's go. Und ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Letztes Mal war ich 100% gesellschaftsunfähig. Die anderen Tests findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, let's go. Über viele Daumen nach oben würde ich mich immer sehr freuen. Oh, süß. Ich bin wahrscheinlich wieder so ein richtiger Assi. Ich heiße überhaupt nicht, was ich hier eigentlich gerade tue. Ich laufe einfach mal aus dem... Oh Gott, okay. Ich glaube, das wird wieder ein schlechter Test werden, Leute. Okay. Okay. Ich will ihn haben. Ich! Ich! Nein! Oh Mann! Ach Mann, das ärgert mich jetzt gerade wirklich. Oh, okay. Oh mein Gott, ernsthaft? Oh, ich hätte jetzt umschalten können. Ich dachte gerade, ich kann sie verfahren lassen. Ich war nett, Leute. Ich war nett. I will do it. This is a comedy show. Okay, ich mach das. Wieso kann ich nicht sagen, I will do it? Ich will auch sagen, dass ich es tun will. Ich konnte es nicht drücken. Okay, here we go. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt aus dem Weg gehen? Ach so, die machen ein Foto. Smile for everyone. Oh yeah. Oh mein Gott! Guys, hey, cheese! Ich fühle es ja richtig. Holy shit, sind alle mega genervt von mir. Oh Mann, kacke. Ich lasse dich einen Biss haben. Okay, sie lässt mich einen Biss haben. Okay, oh Gott, Leute, ihr kennt es ja, ne? Seid ihr die Arschlöcher, die richtig viel abbeißen? Ich beiße in die Mitte, dann kann sie ihn nicht mehr verwenden. So, oh ja. So, danke schön. Dankeschön, der war richtig gut. Der Rest ist für dich. Deswegen lasse ich Leute nicht abbeißen. Ich mag es auch nicht, wenn Leute von meinem Eis probieren wollen. Wenn ich mit der Person in einer Beziehung bin oder das nicht meine Familie ist, ist das immer schwierig. Okay. Oh, oh, ähm, oh, da läuft ja nur Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie viel... Ähm, ich muss meinem Sohn einen Fernseher zeigen. Das, schau's dir an. Oh mein Gott, ups. Das sind ja nur anzügliche Dinge. Na gut, wenn eigentlich ein Löwe mit einem anderen brammelt, soll's nicht anzüglich sein. Superhero, show, be fighter. Okay, ciao. Ich geh keinen Bock auf euch. Oh nein, ich bin gegangen. Die Assi. Manchmal checkt man aber auch nicht, was man machen soll. Das isn't my stop. Okay, das ist nicht mein stop. Dann bleib ich sitzen. Ist das, wenn ich jetzt aufstehe? Das ist nicht mein stop. Ich bleib sitzen. Oh nein. Oh Gott, ich kann mich wieder draufsetzen. Ja, genau so mach ich das jetzt. Ich setz mich gerne auf fremde Menschen. Okay. Oh, ich kann die jetzt angucken. Richtig nerven, oder? Oh. Okay, ich guck jetzt einfach die Leute an. Ich dreh mich um und guck die Leute an. Oh Gott, bin ich gruselig. Oh Gott, bin ich gruselig. Oh mein Gott, das ist so gruselig. Oh scheiße. Ich will hier raus. Die Leute nervt's schon. Ich will hier raus. Das ist so unangenehm mit so vielen Leuten. Oh Gott. Other person. Oh. Sorry, aber das ist... Also, it's a pleasure to meet you. Oh, verdammt. Aber ich muss sagen, mir selber fällt's als Frau auch echt manchmal schwer, Frauen nicht in den Ausschnitt zu glotzen. Oh, mein Bauch. Oh, ich muss kacken. Okay, kann ich jetzt... Ich kann die Zieren machen. Aber mein Bauch tut doch weh. Ich hab da nicht reingekackt jetzt, oder? Ich hab doch Bauchi weh. Oh Gott. Okay. Oh. Oh. Okay. Ähm, du erklärst mir was. Okay, Passwort guck ich natürlich hin, was du eingibst. Und dann guck ich weg. Oh. Oh, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Oh, 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 oh. Oh, okay. Mhm. Du musst immer wegschauen, wenn was unangenehm ist, oder? Okay, super. Ähm. Ähm. Ich kann nichts machen, my friend. Ich kann nichts machen. Was hätte ich da tun sollen? Okay, was soll das jetzt, bitte? Here we go. Kann ich hier wieder posen? Ich finde, ich passe hier doch ganz gut rein, oder? Yes. Oh mein Gott. Smile for everyone. Girls. Und sie sind schon wieder voll genervt, ne? Oh Gott. Say cheese. Was ist das eigentlich für eine Boyband? Okay. Okay. Oh, sie will mich, ne? Oh, scheiße. Nein, ich wollte doch... Oh, wo bin ich? Ah, ich kann rein, oder? Nein, ich will... Saug mich auf. Es ist so schwer reinzukommen. Ah. Ja, ich hab's geschafft, oder? Okay, die Szene spielen wir jetzt nochmal ohne Ton ab. Oh. Yeah. Oh, yeah. Yes. Ach so, ich mach den Spotlight jetzt, ne? Okay, Leute. Ich hab jetzt eine Aufgabe. Yes, Spotlight. Oh, yeah. Look at this girl. Oh, yeah. Oh, yeah. Was ist das? Was ist da los? Oh, yeah. Was ist da los? So, wir machen es größer. Beide da... Oh, scheiße. Ich bin so ein schlechter... Oh Gott, bin ich ein... Ich bin ja so schlecht. Bitte stellt mich niemals ein für Lichtdesign und für Licht, wie die Lichtshow. Okay, so benutze ich den Hand Dryer. Okay, genug. Autsch. Oh, verdammt. Okay. Oh, kann ich jetzt zumachen? Oh, ja. Nein. Zu. Nein. Zu. Ja. Ja. Okay, scheiße. Ich hab den Startschuss nicht abges... Ich hab zu früh gedrückt. Oh Mann, man muss sich voll konzentrieren. Okay, was will der? Oh. Der will... Der will es auspusten, oder? Was war da gerade? Ich hab's noch gesehen. War ich da gerade? Ich hatte... Ach, ich hätte die auspusten können. Ach, verdammt. Ich hab zu früh gepustet. Ich darf erst mal nichts drücken. Ich mach diese Musik so nervös. So, jetzt Konzentration. Ich drück jetzt erst mal nix. Ups. Scheiße. Nein. Ich drück jetzt erst mal nix. Ja, ich weiß. Ich hätte warten sollen. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich kann nur einen retten. Immerhin einer. Verdammt. Okay, es war schon mal besser als der Rest. Oh, sie möchte sich ein Bike kaufen. Der Winner von diesem Rennen bekommt ein Bike. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eigentlich sollte ich ihn gewinnen lassen, ne? Ach komm, ich bin kein Arsch. Der ist so arm. Ich lass ihn gewinnen. Ich hab eh hier so ne Dose. Ne, ich lass ihn gewinnen. Ich lass ihn gewinnen. Ich bin einmal nett in meinem Leben gewesen in dem Spiel. Okay, lassen wir's doch. Oh, dann machen wir's. Machen wir's. Machen wir's. Oh, ich bin mir so unsicher. Haben wir einen Ehevertrag oder nicht? Ah, sie hat bitte nur wegen des Geldes wegen geheiratet. Vielleicht stecke ich ihn ja einfach an den Zeigefinger. So. Wir sind was Besonderes. Okay, yeah. Oh nein, ich war zu früh. Oh Mann, ich bin so ein Versager. Hey, hab ich die nicht gedatet? Das ist doch mein Date. Okay, muss ich... Okay, ich will den. 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 Oh, verdammt. Ich wollte den haben. Wieso stehe ich da eigentlich mit? Ich darf doch gar nicht mitmachen eigentlich. Das machen immer die Jungfrauen. Oder die Brautjungfrauen machen das. Don't let go. Okay. Don't let go. You better not let... Don't go. Okay. Oh, scheiße. Sorry. Du schaffst es auch allein. Guck mal, schaffst es doch allein. Voll gut. Fällt nicht mal hin. Aber immerhin hat sie jetzt das Fahrrad. Seht ihr? Das hat sie nur gewonnen, weil ich es ihr nämlich gegeben habe. So, das kann ich... Oh, scheiße. Okay. Oh, ich bin tot. Oh. Äh. Kann ich jetzt geküsst werden? Ich will... Äh. Ich will nicht. Nein. Ich komme... Oh Gott. Schrecklich. Oh Gott. Da würde ich auch so aufstehen, glaube ich. Oh, okay. Wir gucken ihn an. Oder sollten wir ihn vielleicht besser nicht beachten? Doch, wir gucken ihn an. Wir schauen ihn an. Wir sind dreist. So, so gewinnt man doch im Western. Warum soll ich denn warten? Welcher Idiot macht denn das? 70! Unter meinen Regenschirm. Schirm. Schirm. Eh. Oh, es tut mir leid. Oh Mann. Take it in the night scenery with your girlfriend. Oh. Oh Gott. Oh, die haben ja richtig Spaß. Wollen wir da dazugehen? Komm, wir probieren mal was Neues aus. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Sorry. Okay, besser nicht. Doch, das geht. Okay. This one in a century. You. Ah, okay. Die Mondfinsternis. Oh, die Sonnenfinsternis. Oh. Ja. Ich habe eine miterlebt. Oh, eine Giraffe. Hallo. Oh nein, es tut mir leid. Ähm. Hello. Okay. Oh nein. Die haben doch gesagt, ich soll klappen. Okay, meine Total Points. Also. Know-how. 95 Prozent. Ich wusste zu 95, wie es geht. Ja gut, ist okay. Ich bin so in der Mitte. Einblicke 95 Prozent. Timing 60. Yeah, I know. Was sind denn die detaillierten Sachen? Gruppendynamik war 34. Räumliches Denken ist sehr schlecht. Aber das war schon immer schlecht bei mir. Gruppendynamik geht. Sympathie 46. Erwachsen 38. Oh je. Schnelligkeit 48. Informativ 47. Rhythmus 31. Und Intervall 29. Oh mein Gott. Common Sense ist 38. Gesunder Menschenverstand 38, Leute. Das ist aber ein gutes Spiel. Ist halt auch aus dem asiatischen Raum. Da erkenne ich viele Dinge nicht und check sie nicht. Das ist die Entschuldigung für alles. Das war es mit der Kukiyomi-Reihe. Falls euch gefallen hat, das Daumen nach oben da. Empfehlt mir gerne weitere Tests, die man machen kann. Und wenn es hier einen weiteren Part gibt und ihr einen weiteren sehen wollt, falls die Entwickler mal was Neues entwickeln, ich glaube, da ist auch was im Kommen, dann lasst gerne viele Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ich sage immer danke fürs Zuschauen nach dem Idee. Und es war wie immer... Tschüss. 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 Tschüss.